Info Fries Bienenhonig Imkerei Natur Tafel 5 Was bedeutet Supply My Schulimkerei? Der Service Supply My Schulimkerei macht drei Angebote. Erstens, bessere Ausstattung von Schulimkereien in Bamberg und Region für alle Schularten, also Grundschule bis Berufsschule. Zweitens, kostenfreie Beratung für den fachgerechten Einsatz von imkerlichen Material und Unterrichtsmedien. Drittens, kostenlose Ausleihe von Büchern aus der Imkerbibliothek für den Schulunterricht, diverse Titel auch als Klassensätze. Voraussetzungen Erstens, der Schulgemeinschaft wurde in den letzten drei Jahren ein Antrag für Fördermittel an das Land Bayern, Imkern an Schulen, bewilligt oder hat vor, einen Antrag zu stellen. Zweitens, die Schule kann die adäquate Aufbewahrung und Pflege der Gerätschaften gewährleisten. Drittens, Großgeräte, zum Beispiel Honigschleuder, müssen an den Schulen verbleiben. Viertens, Fotos der Übergabe für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt, als Schule, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Als Unterstützerin bzw. Unterstützer weitere Informationen unter Bildbeschreibung rechts, Schulgemeinschaft am ETH Hoffmann-Gymnasium Bamberg, darunter Montessori-Schulgemeinschaft der Sekundarstufe beim Zusammensetzen einer Beute anlässlich eines Bamberger Schulbienes. Links, Übergabe einer Edelstahl-Honigschleuder an Lehrkraft Dr. Johannes Beil für die Schulimkerei des ETH Hoffmann-Gymnasiums. Darunter, Schulimker Johannes an den Schulbienenvölkern. Dein Schulbienenvölkern. Vielen Dank.